die Straße Die Autos fahren auf der breiten Straße. der Korb die Frau trägt einen Korb voller Früchte. Die Frau trägt einen Korb voller Früchte. der Schmetterling Der bunte Schmetterling fliegt von Blume zu Blume. das Kissen Das Kissen Ich schlafe auf einem weichen Kissen. Ich schlafe auf einem weichen Kissen. die Leiter Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. die Treppe Ich gehe die Treppe hinauf. die Tasche die Tasche Die Frau trägt ihre Tasche auf der Schulter. die Frau trägt ihre Tasche auf der Schulter. der Rucksack Ich trage einen Rucksack beim Wandern. ich trage einen Rucksack beim Wandern. der Hund der Hund der Hund bellt laut der Hund bellt laut das Wetter das Wetter das Wetter ist heute sonnig. das Wetter ist heute sonnig. die Vase die Vase Auf dem Tisch steht eine Vase mit Blumen. auf dem Tisch steht eine Vase mit Blumen. das Auto das Auto Das rote Auto fährt schnell auf der Straße. Das rote Auto fährt schnell auf der Straße. das Telefon Das Telefon Das Telefon klingelt laut im Wohnzimmer. Das Telefon Das Telefon klingelt laut im Wohnzimmer. das Flugzeug Das Flugzeug Das große Flugzeug fliegt hoch am Himmel. Das Flugzeug fliegt hoch am Himmel. der Fernseher Der Fernseher Der Fernseher Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Der Fernseher steht im Wohnzimmer. der Kuchen Der Kuchen Der Kuchen Schokoladenkuchen Der Fisch Der Fisch Der Fisch Die Kinder füttern die Fische im Teich. Die Kinder füttern die Fische im Teich. Die Schule Die Kinder lernen in der Schule Mathematik. Die Kinder lernen in der Schule Mathematik. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Der Handschuh Im Winter trage ich Handschuhe. Der Hammer Der Zimmermann benutzt einen Hammer, um Nägel einzuschlagen. Der Zimmermann benutzt einen Hammer, um Nägel einzuschlagen. Die Sonnenbrille Der Mann trägt eine Sonnenbrille am Strand. Der Zimmermann nimmt ein Bild mit seiner Kamera auf. Das Fenster Das Fenster Das Fenster Das Fenster ist geschlossen, wegen des starken Windes. Das Haus Das Haus Das Haus ist groß und weiß. Das Haus ist groß und weiß. Die Sonne Die Sonne Die Sonne scheint am Himmel. Die Blume Die Blume Die Blume Die Blume blüht im Garten. Die Blume 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 Sie trägt eine Sonnenbrille. Sie trägt eine Sonnenbrille. Die Blume Die Blume Die Blume Der Tisch Die Familie sitzt um den Holztisch herum. Die Familie sitzt um den Holztisch herum. Der Himmel Der Himmel Der Himmel Die Wolken ziehen am blauen Himmel vorbei. Die Wolken ziehen am blauen Himmel vorbei. Der Fisch Der Fisch Die Fische schwimmen im klaren Wasser. Das Fenster Das Fenster Das Fenster Das Fenster lässt frische Luft ins Zimmer. Das Fenster lässt frische Luft ins Zimmer. Der Fisch Der Fisch Der Fisch Der Fisch Die Musik Die Musik Die Musik klingt schön und beruhigend. Die Musik klingt schön und beruhigend. Ich schreibe auf ein Blatt Papier. Ich schreibe auf ein Blatt Papier. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Das Brot Das Brot Das Brot Das Brot ist ein frisches Brot jeden Morgen. Der Mantel Der Mantel Der Mantel Der Mantel hängt an der Garderobe. Der Apotheker Der Apotheker Ich kaufe Medikamente beim Apotheker. Ich kaufe Medikamente beim Apotheker. Der Kuchen Der Kuchen Ich möchte einen Kuchen für meinen Geburtstag backen. Ich möchte einen Kuchen für meinen Geburtstag backen. Der Mond Der Mond Der Mond leuchtet hell in der Nacht. Der Mond leuchtet hell in der Nacht. Der Kühlschrank Der Kühlschrank Im Kühlschrank sind Cola, Wasser und Säfte. Im Kühlschrank sind Cola, Wasser und Säfte. Das Krankenhaus Das Krankenhaus Die Krankenschwester hilft den Patienten im Krankenhaus. Die Krankenschwester hilft den Patienten im Krankenhaus. Die Schokolade Die Schokolade Die Schokolade Das Kind isst gerne Schokolade nach dem Essen. Die Schokolade Das Kind ist gerne Schokolade nach dem Essen. Die Schokolade Nicht vergessen Die Schokolade Der Fernseher Der Fernseher Der Fernseher Der Fernseher steht im Wohnzimmer. . Der Spiegel Der Film Der Spiegel Der bunte Vogel singt fröhlich auf dem Baum. Nicht vergessen uns liken und abonnieren! Der Stuhl Der Stuhl steht neben dem Tisch. Die Uhr Die Uhr tickt laut an der Wand. Die Uhr tickt laut an der Wand. Der Regen Der Regen fällt sanft auf das Dach. Der Regen fällt sanft auf das Dach. Die Wolke Die Wolke Die weiße Wolke zieht über den Himmel. Die weisse Wolke zieht über den Himmel. Die Lampe Die Lampe Die Lampe leuchtet im dunklen Zimmer. Die Lampe leuchtet im dunklen Zimmer. Das Buch Das Buch Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Der Regenschirm Der Regenschirm Der Regenschirm schützt vor dem Regen. Der Garten Der Garten Der Garten Die Kinder spielen im Garten hinter dem Haus. Die Kinder spielen im Garten hinter dem Haus. Der Schuh Der Schuh Der Schuh passt nicht mehr, er ist zu klein. Der Buchstabe Das Kind lernt die Buchstaben des Alphabets. Das Kind lernt die Buchstaben des Alphabets. Der Kaffee Am Morgen trinkt mein Vater eine Tasse heißen Kaffee. Am Morgen trinkt mein Vater eine Tasse heißen Kaffee. Die Laterne Die Laterne Die Laterne Die Laterne leuchtet den Weg in der dunklen Nacht. Die Laterne leuchtet den Weg in der dunklen Nacht. Der Fisch Der Fisch Der Fisch Der Fisch Die Fische schwimmen im Meer. Die Fische schwimmen im Meer. Der Fisch Die Kamera Die Kamera Die Kamera Die Kamera Ich mache gerne Fotos mit meiner Kamera. Ich mache gerne Fotos mit meiner Kamera. Der Zahnarzt Der Zahnarzt Der Zahnarzt überprüft die Zähne seiner Patienten. Der Zahnarzt überprüft die Zähne seiner Patienten. Nicht vergessen uns liken und abonnieren! Die Jacke Die Jacke Die Jacke Im Winter zieht man eine dicke Jacke an. Im Winter zieht man eine dicke Jacke an. der Ball Der Junge wirft den Ball hoch. Der Junge wirft den Ball hoch. das Wasser das Wasser das klare Wasser fließt im Bach. das klare Wasser fließt im Bach. die Katze die Katze die Katze sitzt auf dem Sofa. die Katze sitzt auf dem Sofa. die Katze sitzt auf dem Sofa. der Baum der Baum der hohe Baum steht im Park. der hohe Baum steht im Park. der hohe Baum steht im Park. nicht vergessen uns liken und abonnieren! der der blumentopf der blumentopf die Frau stellt den blumentopf auf den Boden. die Frau stellt den blumentopf auf den Boden. der das Laptop der das Laptop der das Laptop der Student arbeitet an seinem Laptop in der Bibliothek. der das Laptop in der Bibliothek. der der Teppich der Teppich der Teppich auf dem Boden liegt ein großer Teppich im Wohnzimmer. auf dem Boden liegt ein großer Teppich im Wohnzimmer. der Kugelschreiber der Kugelschreiber Ich schreibe mit einem blauen Kugelschreiber. das Fernglas das Fernglas Ich verwende ein Fernglas, um Vögel zu beobachten. die Gitarre die Gitarre Ich spiele ein schönes Lied auf meiner Gitarre. der Apfel der Apfel das Mädchen will rote Äpfel essen. das Mädchen will rote Äpfel essen. die Schule Die Schule Die Kinder gehen zur Schule am Morgen. das Leben Das Leben Das Leben ist voller Überraschungen. Das Leben ist voller Überraschungen. der Tag der Tag Heute ist ein schöner Tag. Tag Heute ist ein schöner Tag. die Küche Die Küche Die Küche die Schule Die Schule ist der Ort, wo wir lernen. die Schule ist der Ort, wo wir lernen. Das Hokking Die Kantine Die Kantine Die Kantine In der Kantine essen wir Mittagessen. die Kantine das Wetter Das Wetter ist heute sonnig. Das Wetter ist heute sonnig. die Straße die Autos fahren auf der Breitenstraße. die Autos fahren auf der Breitenstraße. der Korb die Frau trägt einen Korb voller Früchte. die Frau trägt einen Korb voller Früchte. der Schmetterling Der bunte Schmetterling fliegt von Blume zu Blume. das Kissen das Kissen Ich schlafe auf einem weichen Kissen. die Leiter die Leiter Ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. ich benutze eine Leiter, um Orangen zu pflücken. die Treppe die Treppe die Treppe Ich gehe die Treppe hinauf ich gehe die Treppe hinauf die Tasche die Tasche die Tasche die Frau trägt ihre Tasche auf der Schulter. die Frau trägt ihre Tasche auf der Schulter. die Begründung der halbe Der Rucksack der Rucksack der Rucksack Ich trage einen Rucksack beim Wandern. Ich trage einen Rucksack beim Wandern. der Hund der Hund bellt laut. Das Wetter ist heute sonnig. Auf dem Tisch steht eine Vase mit Blumen. Auf dem Tisch steht eine Vase mit Blumen. Das Rote Auto fährt schnell auf der Straße. Das Rote Auto fährt schnell auf der Straße. Das Telefon. Das Telefon klingelt laut im Wohnzimmer. Das Telefon klingelt laut im Wohnzimmer. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Das große Flugzeug fliegt hoch am Himmel. Das Flugzeug fliegt hoch am Himmel. Der Fernseher. Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Der Fernseher. Der Fernseher. Der Fernseher. Der Fernseher. Der Fernseher. Die Kinder lernen in der Schule Mathematik. Nicht vergessen uns liken und abonnieren! der Handschuh Im Winter trage ich Handschuhe. der Hammer Der Zimmermann benutzt einen Hammer, um Nägel einzuschlagen. der Zimmermann benutzt einen Hammer, um Nägel einzuschlagen. die Sonnenbrille Der Mann trägt eine Sonnenbrille am Strand. die Kamera der Fotograf nimmt ein Bild mit seiner Kamera auf. der Fotograf nimmt ein Bild mit seiner Kamera auf. das Fenster Das Fenster ist geschlossen wegen des starken Windes. das Fenster ist geschlossen wegen des starken Windes. das Haus Das Haus Das Haus ist groß und weiß. das Haus ist groß und weiß. die Sonne die Sonne die Sonne scheint am Himmel. die Blume die Blume die bunte Blume blüht im Garten. die Brille die Brille die Brille die Brille sie trägt eine Sonnenbrille sie trägt eine Sonnenbrille und sie trägt eine Sonne. die Blume der Tisch Sitze die Familie die Familie sitzt um den Holztisch herum. die Familie sitzt um den Holztisch herum. Der Himmel Die Wolken ziehen am blauen Himmel vorbei. Der Fisch Die Fische schwimmen im klaren Wasser. Das Fenster Das Fenster lässt frische Luft ins Zimmer. Der Fußball Die Jungen spielen Fußball auf dem Rasen. Die Jungen spielen Fußball auf dem Rasen. Die Musik Die Musik klingt schön und beruhigend. Das Blatt Ich schreibe auf ein Blatt Papier. Nicht vergessen uns liken und abonnieren! Das Brot Das Brot Die Bäckerei verkauft frisches Brot jeden Morgen. Die Bäckerei verkauft frisches Brot jeden Morgen. Der Mantel Der Mantel hängt an der Garderobe. Der Mantel hängt an der Garderobe. Der Apotheker Der Apotheker Ich kaufe Medikamente beim Apotheker. Ich kaufe Medikamente beim Apotheker. Der Apotheker Der Kuchen Der Kuchen Der Kuchen Der Kuchen Ich möchte einen Kuchen für meinen Geburtstag backen. der Mond Der Mond leuchtet hell in der Nacht. der Kühlschrank Der Kühlschrank Im Kühlschrank sind Cola, Wasser und Säfte. Im Kühlschrank sind Cola, Wasser und Säfte. das Krankenhaus Die Krankenschwester hilft den Patienten im Krankenhaus. Die Krankenschwester hilft den Patienten im Krankenhaus. Die Schokolade Die Schokolade Das Kind isst gerne Schokolade nach dem Essen. Das Kind isst gerne Schokolade nach dem Essen. Nicht vergessen uns liken und abonnieren. Die Schere Die Mutter benutzt eine Schere, um Papier zu schneiden. Die Mutter benutzt eine Schere, um Papier zu schneiden. Der Fernseher Der Fernseher Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Der Fernseher Der Fernseher steht im Wohnzimmer. Der Spiegel Der Spiegel Der Spiegel Der Spiegel hängt an der Wand im Badezimmer. Der Spiegel Der Spiegel Der Spiegel Der Spiegel Der Spiegel Der Spiegel Der Stuhl Der Stuhl Der Stuhl steht neben dem Tisch. Der Stuhl steht neben dem Tisch. Die Uhr steht neben dem Tisch. die Uhr Die Uhr tickt laut an der Wand. der Regen der Regen Der Regen fällt sanft auf das Dach. die Wolke die Wolke die weiße Wolke zieht über den Himmel. die weiße Wolke zieht über den Himmel. die Lampe die Lampe die Lampe leuchtet im dunklen Zimmer. die Lampe leuchtet im dunklen Zimmer. das Buch das Buch das Buch das Buch liegt auf dem Tisch. das Buch liegt auf dem Tisch. der Regenschirm der Regenschirm der Regenschirm schützt vor dem Regen. der Regenschirm schützt vor dem Regen. der Garten der Garten der Garten die Kinder spielen im Garten hinter dem Haus. die Kinder spielen im Garten hinter dem Haus. der Schuh der Schuh der Schuh der Schuh passt nicht mehr, er ist zu klein. der Schuh passt nicht mehr, er ist zu klein. der Buchstabe der Buchstabe der Buchstabe der Buchstabe Das Kind lernt die Buchstaben des Alphabets. Das Kind lernt die Buchstaben des Alphabets. der Kaffee der Kaffee der Kaffee der Kaffee Am Morgen trinkt mein Vater eine Tasse heißen Kaffee. Am Morgen trinkt mein Vater eine Tasse heißen Kaffee. Die Laterne Die Laterne Die Laterne Die Laterne leuchtet den Weg in der Dunkeln Nacht. Die Laterne leuchtet den Weg in der Dunkeln Nacht. der der Fisch Die Fische schwimmen im Meer die Kamera Ich mache gerne Fotos mit meiner Kamera. der Zahnarzt Der Zahnarzt überprüft die Zähne seiner Patienten. Der Zahnarzt überprüft die Zähne seiner Patienten. Nicht vergessen uns liken und abonnieren! die Jacke Im Winter zieht man eine dicke Jacke an. der Ball Der Junge wirft den Ball hoch. der Junge wirft den Ball hoch. das Wasser Das klare Wasser fließt im Bach. Das klare Wasser fließt im Bach. die Katze die Katze die Katze sitzt auf dem Sofa. die Katze sitzt auf dem Sofa. der Baum der Baum Der hohe Baum steht im Park. der hohe Baum steht im Park. nicht vergessen uns liken und abonnieren! der Blumentopf 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 Ein großer Teppich im Wohnzimmer. der Kugelschreiber Ich schreibe mit einem blauen Kugelschreiber. Ich schreibe mit einem blauen Kugelschreiber. das Fernglas Ich verwende ein Fernglas, um Vögel zu beobachten. Ich verwende ein Fernglas, um Vögel zu beobachten. die Gitarre Ich spiele ein schönes Lied auf meiner Gitarre. Ich spiele ein schönes Lied auf meiner Gitarre. der Apfel Das Mädchen will rote Äpfel essen. Das Mädchen will rote Äpfel essen. die Schule Die Kinder gehen zur Schule am Morgen. Die Kinder gehen zur Schule am Morgen. das Leben Das Leben ist voller Überraschungen. der Tag der Tag Heute ist ein schöner Tag. heute ist ein schöner Tag. die Küche die Küche Ich esse mein Frühstück in der Küche. ich esse mein Frühstück in der Küche. die Schule die Schule die Schule ist der Ort, wo wir lernen. die Schule ist der Ort, wo wir lernen. die Kantine die Kantine die Kantine In der Kantine essen wir Mittagessen. in der Kantine essen wir Mittagessen. Das Wetter Das Wetter Das Wetter Das Wetter Das Wetter ist heute sonnig. Das Wetter ist heute sonnig. Das Wetter Zum Abschluss hoffe ich, dass Ihnen das Video gefallen hat. Das Wetter Vergessen Sie nicht, uns zu unterstützen. Indem Sie auf den Daumen hoch klicken und unseren Kanal abonnieren. Um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank für Ihre fortlaufende Unterstützung und wir sehen uns in den kommenden Videos.